Gehen Sie bitte, gehen Sie bitte, also nicht weg, sondern, ähm, jetzt lass das, ne, nicht. Ähm, ja, wie gesagt, wir haben mit Jackbox Partypack 4, ja, das kam jetzt neu raus und wir haben, zumindest offscreen, haben wir Survive the Internet gespielt, fand ich persönlich scheiße, also ein bisschen enttäuschen. Und Civic Doodle hab ich ja das Video rausgehauen, deswegen würde ich gucken, dass wir jetzt mal, keine Ahnung, wir spielen jetzt einfach mal, fangen wir mal oben an, spielen Fibbage. Und ihr könnt natürlich, wie immer, mitspielen, Leute, indem ihr mit eurem Handy oder mit eurem Browser auf jackbox.tv, ne, jack.box, ich weiß nicht mehr, wie war die Seite? Jackbox.tv Jackbox.tv Die Mods hauen das auch nochmal in den Chat bestimmt, jackbox.tv Und auf der Seite gebt ihr dann euren Namen ein und einen Roomcode, den ihr gleich bekommt. Und, ähm, du willst auch mitmachen? Einmal. Okay, diese Jessica wird auch einen Platz im Raum ergattern wollen. Ähm, es werden insgesamt acht Plätze frei sein, sechs von euch können dann diese Runde mitspielen. Es können aber auch ganz, ganz viele Zuschauer, Zuschauer mitmachen, die dann mit Voten, ja, mit Voten. Einfach da sind. Einfach da sind. Wir brauchen also auch Zuschauer, das heißt, wenn ihr es nicht in die Top 8 schafft, seid nicht traurig. Wir brauchen definitiv auch Leute, die, ne, weißt du, ist doch egal, wir spielen das jetzt einfach mal. So, jetzt schnell den Roomcode hier eingeben, damit wir auch drin sind. Connecting, Connecting und Atzbel. So, da sind wir doch schon. Du warst schneller als ich, das ist doch nicht dein Ernst. Hm, gut. Da kommen sie, da kommt, da kommt, da kommt, da kommt er. Und dann warten wir jetzt noch kurz, damit die Audienz noch ein bisschen wächst, ne. Ihr könnt alle mitspielen. Ich möchte jetzt insgesamt hier 185 Leute sehen, ja. Da gibt's jetzt keine Ausreden, ja. Nicht da faul auf der Couch rumliegen oder so. Ihr müsst aktiv an diesem Stream teilnehmen. Das ist nicht einfach hier so, oh, äh, ich mach den Stream an und leg die Beine hoch. Nee, nee, hier ist Arbeit angesagt heute. Oh, aber man muss aufpassen, weil es können nicht genau 180 oder sagen wir 200 da rein. Weil manche gucken den Stream ja mit dem Handy. Die müssen natürlich auch gucken. Oh, ja, das stimmt. Wenn ihr den Stream mit dem Handy guckt, dann lasst das sein, weil sonst seht ihr den Streamer nicht mehr. Also bleibt schön da. Aber wenn ihr jetzt am PC sitzt oder habt ihr das auf dem Fernseher an, den Stream oder so, ihr wisst, was zu tun ist, ne. Atzbel ist der Place to be. Wir warten noch kurz, ähm, ne, 33 Leute sind Audienz und natürlich unsere 8, also inklusive uns, ne. Komm, also die 100 Audienz, die kriegen wir ja wohl voll. Leute. Komm schon. Komm schon. Mensch, wir haben 212 Viewer. Da werden wir ja wohl 100 Audienz hinkriegen. Kommt schon. Kommt. Geh ich euch schon auf die Eier? Komm, ich geh euch schon richtig auf die Eier, oder? Los, 100 Leute. 100, komm. Wer bietet mehr? Wer bietet weniger? Weniger habt ihr schon geboten. Wer bietet mehr? Also komm, mindestens 60 sind drin. Na komm, pass auf, wir fangen schon mal an. Ihr könnt noch weiterhin joinen, also das ganze Spiel über. Ihr müsst euch jetzt nicht, ne. Ob es die 50 voll sind, wartest du noch? Nee, die 47. Komm schon. Enttäusche mich nicht, du eine Person. 47. Nice, okay, war gut. War gut. Okay. Ich hab keine Ahnung, ich kenne das Spiel nicht, bin gespannt, das wird jetzt eh erklärt. Oh. Oh nice. Epileptiker-Warnung. Hi, ich bin ein Cookie, und ich muss nur 3.000 mehr spielen, um das, was ein Kurs ist. Hey, 8 Spieler. Es wird so viel Spaß machen. Nasshi, kein Dank fürs Resubscriben. So ist es. 53 sind wir. Okay. Rockula, danke auch dir fürs Resubscriben. Horse-Surgery. Okay. Okay. Okay, wir müssen jetzt also eine Antwort geben, die logisch erscheint, damit jemand anderes da drauf, ähm, damit jemand anderes drauf kommt. Und. Das ist halt ein bisschen blöd, weil normalerweise sag ich immer, Leute antwortet auf Deutsch, das ist immer witziger. Aber, da sieht man ja sofort die Lüge. Das ist ja Quatsch. Okay, diese sind deine Wahl. Pick the truth on your device now. Okay, ähm. Oh, das ist halt echt schwer. Ähm. Okay. Doch. All right, du pickst one. Okay, das war ein Lie. Das war ein Lie. Horse-Bett. Das habt ihr echt geglaubt. Okay, nice. Paper. Yesi. Das hast du gewählt. Nein. Also, läuft. Okay. Das habe ich gewählt. Oh, schade. Auf Papier, Mann. Weiß doch jeder. Was, Audienz-Lie gab's auch? Okay. Warum hat das jemand gewählt? Hi. Ja, hey. Ja, hoi. Warte, Water-Bett ist richtig? Lol. Weil jeder Hörs-Serkung muss immer mit Seduction beginnen. Äh, okay. Gut. Na ja, immerhin. Ach, toll. Dritter von unten, oder wie? Romanze. Oh, da drin bin ich drin. Und die Frage ist, Brandon Thompson ist ein non-traditional Romantiker. Nehmt die Beweisung? Er hat seine Freundin einen Moment gezwungen. Was ist nochmal gezwungen? Ähm, anfangen wir. Ach so. Okay. Brandon Thompson ist ein non-traditional Romantiker. Ähm. Gut. Ja, spielen wir mal lauter. Bitte. So, was? Also, es geht darum, dass Brandon Thompson nicht traditioneller Romantiker ist. Er hat seiner Freundin einen Antrag gemacht, während er Wedding in the Garden fucking, Alter. Ähm. Ich nehme das. Oder, ah nee. Oh, da sind so viele gute Antworten bei. Wir müssen halt herausfinden, was die Wahrheit ist und alle anderen müssen eine Lüge vorher schreiben. Sitting. Wow. Gute Antwort, auf jeden Fall. Winning a Hot Dog Eating Contest. Das ist eine echt gute... Ah, sehr gut. Dancing on a Grave. Wer hat das wohl geschrieben? Ich? Aber ich habe kaum Punkte gekriegt. Mir ist nichts Besseres eingefallen, Mann. Das, das erschien mir irgendwie logisch, aber ich habe es nicht genommen. Being on the toilet. Sitting on the toilet. Das habe ich genommen. Das ist von dir. Wow. Sehr gut, ey. Das habe ich mir auch fast gedacht, aber naja. And she said yes. Gut. Fox, der Fuchs ist wohl nicht so gut dabei. Der gibt nämlich gar keine Antworten scheinbar. Bist du sie top? Du wolltest doch ein Eis letztens, ne? Der Eismann ist da. Renn. Codename Bob. Sehr gut. Okay, here's your question. According to the Washington Post, the Secret Service Codename for 1996 Republican presidential nominee Bob Dole was blank. Write your lies now. Okay, ähm... Einfach, einfach das erstbeste genommen. Ja, du musst einfach nur einen lustigen Namen erfinden, der danach klingt, als wäre es ein republikanischer Präsident, äh, Präsidentschaftskandidat. Okay, das ist voll falsch gemacht, egal. Das ist falsch verstanden. Ja. Ach so, ja. Er ist das blöde, dass es auf Englisch ist. Ne, manchmal verstehst du es, manchmal verstehst du es nicht, aber... All right, pick the truth. Alter, bist du ein sexy one? Mein Name ist Jeff. Ich nehme das einfach. Shadow, danke fürs Re-Subscriben. Let's see how things shook out. So. Fistel-Wig. Yeah. Das war zu offensichtlich. Aber wieder nur zwei, Mann. Meine Lüge glaubt keiner. Das ist voll doof. Das wäre voll witzig gewesen, wenn alle Dagobert gedacht hätten. Boah, du bist schon ein Jahr dabei, Shadow. Ey, herzlichen Glückwunsch. Danke dir für den Support. Vielen, vielen Dank. Was habe ich jetzt eigentlich genommen? Ach so. T-Bone. T-Bone. Boah, das ist das Femme. Aber das war gut, weil das war so das Einzige, was so... Irgendwie Ramrod, ja gut. Er hat später commercials für Viagra gemacht. Du konntest die Dots. Okidoki. Also das ist zum Beispiel schon mal wieder ein Spiel, was... Boah, du bist echt ganz oben, ey. Ja, wo du ganz gut drin bist. Was ich zum Beispiel nicht für ein Video nehmen würde, weil es ist ein bisschen kacke, dass es komplett auf Englisch ist. Ich meine, wir verstehen Englisch, aber es ist witziger, wenn es auf Deutsch ist. So. Hä? Oh nein. Ich bin an Kabel gekommen, tut mir leid. Das ist ein Stück von Art, Name, Titel... Nee, Titel, Nude, Female. Ähm. Was ist denn eigentlich, wenn man die richtige Antwort eintippt? Hm. Ich hole auch wieder 58 Punkten. Ja, ja, du machst das schon. Ich bleib immer schön im Mittelfeld, da kann mir nichts passieren. Ok. Think about Clouds, Private Nun, Avatar, Cheese, Horde, Holding Monkeys. Alright, let's see what everybody picked. So. Wie wusste ich, dass es von dir ist? Piraten-Nonne, alles klar, ey. Die alte sieht eigentlich aus wie eine fette Version von den Tanten aus dem Star Wars-Pub da, wo die am Dancen sind, Alter. Wie heißt das nochmal? Kantine. So, da. Ach, verdammt nochmal. Niemand glaubt mir. Danke. Du bist der Fels in meiner Brandung. Oh, das ist auch falsch. Oh, Mann. Alter. Wieso? Wo sind denn da Monkeys gewesen? In ihrem Arm. Echt? Okay. Okay. So, dritter Platz immerhin. Guck mal. Nächste Kategorie ist... Ah. File-Footage. Okay. While searching an Alaskan Dentist's Phone in April 2017, prosecutors found a video of him working on a sedated patient while blank. Okay. All right. Tell me your lies. Okay. Es können immer nur acht mitspielen und jede neue Runde kommt dann die neue Chance. Muss nur schnell genug sein. Okay, ähm. Waxing his bag. Das ist wahrscheinlich auch falsch. Hm. Ich liebe diese Partie. Niemand? Also ich bin mir fast sicher gewesen, dass Jerking richtig ist, weil das ist halt, niemand schreibt Jerking aus dem deutschen Bereich, weil Jerking ist eigentlich jetzt nicht der offensichtlichste Begriff für diese Tätigkeit, aber Grilling Steaks. Warte mal, Grilling ist, das ist überhaupt gar kein englisches Wort. Oder? Grilling, was heißt denn Grillen auf Deutsch? Jetzt mal ehren, dann heißt er nicht oder Braten. Ja, auf Englisch. Lol, what? Das ist krass. Ey, das war einfach zu ab. Nein. Oh. Jetzt, ich komme zurück. Okay, ich bin der erste Mann. Ich bin der erste Kategorie. Sorry to challenge you, I'll just pick this one. Okay. Alright, here it is. Goel Ratzon was a bizarre Israeli cult leader who issued his followers cell phones so they could text him when they were blank. Okay, and to your lies. Ähm. Der sein, sein, also das geht um einen Typ, der in einer Sekte ist, der hat seinen, seinen Folgern Handys gegeben, damit sie ihm schreiben können, wenn sie. Ähm. Oh, da hat er einen Japp geschickt. Okay, welcher ist die Wahrheit? About to pee, afraid of the dark hungry, ovulating, using the wifi, on toilet, eating the goat, blow up the self's board. Okay, also es muss ja irgendwas weirdes sein. Ich schätze mal, es ist entweder eating a goat, ähm, when they were about to pee. Nein. Was, hast du es genommen? Ja. Weil ich war ganz krüfer nur. Ich war nicht besser. Fuchs der Fuchslei. Okay. Eating a goat, das habe ich genommen. Komm schon. Oh. Das wäre witzig gewesen. Das hat niemand genommen, das war meine. Mann. Leute, komm schon. Ich habe das gleiche genommen. Jinks. Komm schon. Komm schon. Was ist denn das? Hallo. Das ist nur ein Vorschlag genommen, weil ich nicht besser. Ovulating? Ist das nicht. Hallo? Was heißt das nochmal? Boah, fuck. Ich... Das war... War das nicht irgendwas mit... Irgendeine Ausscheidung? Oder... Irgendwie da... Ach, keine Ahnung. Zu kommen, ne? Ja. Also quasi... Willkommen zur finalen Vibbage. Hinten. Ah ja. Okay. Okay. Hallo. Im Juli 2017 hat die Newberry-Library in Chicago einen ungewöhnlichen Anruf für Hilfe gestellt. Sie brauchten Menschen, um Blank... etwas Blank... Entschuldigen Sie jetzt! Ok, wir finden die Wahrheit! So... Translate some magical spells, watch some employees while they ate, watch some bookshelves, carry some beer, sort some books, eat some dogs, listen to some animal mating calls... So! Mal gucken! Alright, let's see what you guys picked! Wash some bookshelves... Ja, Mann! Heu her mit den Punkten! Her damit! Geil! Was? Oh! Wieso? Das war eine vorgeschlagene Scheiße! Alles klar! Ich fiel nichts ein! White some pink! Da da da! Da da da! Da da da! Da da da! Das war zu offensichtlich, dass es nicht stimmt! Oh, ich zum schicken! Oh, ich zum schicken! Oh, ich zum schicken! So, komm! Das muss richtig sein! Das ist jetzt richtig! Ja! They need help cataloging manuscripts full of old spells, which I'm sure is perfectly safe! Hey, why is the sky turning red? Nice! So, das sind schöne 6000 Punkte, die ich die Runde gekriegt habe! Und wer ist erster? Und wer ist erster? Masel heißt der! 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 Ich bin der Beste in allem! Wie? Ich bin eklig! Eklig! Du bist selber eklig! Hoppala! Acht Likes! Was soll das denn heißen? Okay! Ja, nice! Schön! Das war... Das war interessant! Hier kann man auch noch mal sehen, wer gewonnen hat! Ich! Da! Ich hab gewonnen! Und ähm... Ja! Auf Youtube! Ich wünsche euch einen schönen Tag noch! Bis zur nächsten Folge! Auf Wiedersehen! Ach, schön! Okay, ja! Jetzt kannst du äh... Und jetzt haben wir einen Platz mehr! Weil ich jetzt hier keine mehr möchte! So! Wir spielen... Das nächste! Und zwar... Wäre das... Was? Na komm! So! Survive the Internet fand ich wie gesagt nicht so geil! Was war das nochmal? Das war das mit... Jetzt muss ich mich kurz... Ach! Mit Postings und Kommentaren und sowas! Spielen wir Monster Seeking Monster! Auch keine Ahnung, was das ist! Irgendein Dating Game wird schon... Wird schon geil! Okay! So! Wie letztes Mal auch... Könnt ihr jetzt... Richtig Sexy Hexy! Ja! Bei Jackbock... Bock... Punkt... TV! Mit dem... Gleich erscheinenden... Room Code... Mitspielen! Willkommen zurück! Hallo! So! Muss ja durch Esther sein hier! Mit Room Code! Ich weiß noch nie, was das für ein Spiel ist! Wir werden gleich sehen! Q-Z-T-I... Ich werde das wohl der Scheiß! So, wann nehme ich denn? Hä? Ich kann jetzt... Ah, jetzt kann ich den Charakter aussuchen! Ich bin der hier! Oho! 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 So! Wieder die Audience! Ah ne, die Audience haben wir ausgeschaltet! Oho! Ne, das ist ja Quatsch! Warte, warte, warte! Wir müssen... Tut mir leid an die, die jetzt drin sind! Wir müssen die Audience anmachen! Was ist denn das für ein Quatsch? Warum muss ich den denn extra einschalten? Ich denke mal, das ist so ein besonderes Spiel! Naja, wir werden sehen, was es... Was es bringt oder nicht bringt! Jedenfalls gibt es jetzt einen neuen M-E-J-Z! Tut mir leid, wenn er gerade drin war und jetzt nicht mehr... Ha-ha! So! Also ein paar haben es geschafft! Sehr gut! Oh Gott! Ich muss echt mal was in der Capture Card machen! Sekunde! Ich bin nur ins Kabel ganz kurz gekommen! Ey, warum schlägst du mich so hart? Da! Da! Okay! Sehr gut! Läuft wieder! Okay! Ähm... Audience! Sind wir bei... Oh! Jetzt riecht aber los hier, ne? 49... 1,50... Jetzt wollt ihr aber mitmachen, ihr... Ihr Schlawiner! Okay! Ähm... Ja, wir fangen einfach mal an hier! Everybody's in! Everybody's in! Und mal sehen was das ist! Ich bin gespannt! Und... Okay! Versteh ich nicht! Werden wir jetzt herausfinden müssen... Ah! Okay! You are... Ventriloquist... Puppet! Okay! Players that were rejected last night! Okay! Ähm... Oh! Und schön auf Deutsch diesmal! Immer schön auf Deutsch! So! Oh! The first message the audience sends each night gets sent to everyone and appears here on the screen! Der ist... Der ist no eye in Ehren, man! Ich versteh das Spiel nicht! Oh! Small detail! Your secret messages might not be secret forever! So! Keep that in mind! Das ist irgendwie mega weird! Ich versteh das nicht! Das... Das... Ja, du kennst ja richtig, wa? Ich kann nicht antworten! Hä? Ich kann nicht antworten! Ich versteh es nicht! Ich kann keine Nachrichten mehr schicken! Ich hab alle Nachrichten verbraucht! Nur 20 Sekunden left, um deine Nachrichten zu senden! Don't dilly dally! Ich hab alle Nachrichten zu tun! Man hat nur vier Nachrichten, glaube ich, ja! Aber ich... Ich... Wieso... Soll ich mir da Anmachsprüche schicken oder was? Weil die Hauptsicht... Also ihr werdet das vielleicht jetzt sehen... Ach, ist auch egal! Ihr seht das jetzt! pick the one person you hope you're going on a date with i love the way you stare at your phone on the stream on the strump okay let's see who tricked who i mean who picked and if you don't get a date don't worry this is just the first time hey toll der ist nur ein ehrenmann bestimmt nicht sozusagen mit denen und dann muss die auch so und dann entweder antwortest du ihn oder du antwortest dem hein nicht und weißt du so wie da ey 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 das so park Es sieht aus, dass jemand die gleiche Idee hatte. Mal sehen, was passiert. Oh, das ist nicht gute Nachrichten für dich. Entschuldigung. Oh, okay. Wir wissen bereits, wie das geht. Ich verscheide dem nicht, warum nicht. Ganz so, es sind halt nur Männer. Das ist halt auch so. Ein kurzer Warnung. Wer in der ersten Zeit am Ende der zweiten Nacht der Daten hat, wird ihre Monster-Puhr eröffnet. Und jede Nacht nach dem, werden wir das gleiche machen, für das höchste Ranking Unreveiled Monster. Das secret word is bad. there's a full moon out tonight, in case that affects your monster power. Ähm. Okay. Okay. Now that we know how this works, let's just jump in and send out those messages. Okay. Ich hab ja nur so drei Nachrichten noch. Noch eins. Okay. Hey, if you need to block another player, when you hit the info button on their chat screen, there's a block button in there, and then you won't see their messages. Okay. Um. Okay. Okay. Ich hab keine Messengers mehr. Okay. Das ist irgendwie ultra weird. Ich versuche das einfach noch mal. Das ist für's Vollmond. Was bedeutet das? Okay, was passiert jetzt? Audience möchte Lolli-Lover daten. Oh, übel, übel. Übel abgewiesen. Oh, jetzt wollen sie aber alle, ey. Das Gesicht von dem Heinz ist so richtig geil. Du bist halt auch so'n Arsch, oder? Alter, du bist richtig gut. Ich konnte doch nur einen auswählen. So, und der will mich wahrscheinlich wieder nicht, weil ich wieder... Wow. Was für'n Scheiß, Alter. Toll. Weißt du, der Uskin geht jetzt einfach mit dem Ehrenmann weg. Äh. We know this ends badly. Oh. Das ist dumm, ey. Oh, ein Gespinn. Oh, ein Gespinn-Ghost. Der Vengeful-Ghost startet das Spiel mit einem Bonus-Heart. Wenn der Vengeful-Ghost fragt, jemanden auf einem Date und erhebiert wird, diese Person verliert ein Heart. Wow. Wenn du das wiederholst, kannst du immer die Monster-Power-Rule sehen, für einen erklärteten Spieler, indem du das Info-Button auf der Chat-Screen schlägst. Ich weiß nicht mal, wie meine Power war, ey. Okay. Es gibt jetzt Dating-Nebenweise. Okay. Rufen wir jetzt beim Däten. Message time. Ähm. Ich will halt einen Bonus-Heart und dann muss ich einen von denen nehmen. Okay. Was ist denn mit dir? Das sind Sachen, die einfach ziehen. Wenn niemand den Zuschauer in 20 Sekunden oder so messagt hat, ihre Messungen starten hier auf der Schreie. Oh, nee, ja. Oh. Das kriegst du nicht. Das ist so oder so, ist das richtig eklig. Alter, der antwortet nicht, ey. Okay, das ist. Äh. Cordy, danke fürs Subben. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Oh, ich hab alle meine Messages wieder rausgehauen. Boah. Boah. Wir beraten uns gerade. So. Dann mal sehen. Vielleicht kriegt er jetzt endlich mal ein Date. Bazingat, auch dir danke fürs Reet-Subscriben. So. Xanvi und Drake. Oh. Drake möchte gerne... Ah, mit... Oh. Ist noch kein... Ist noch kein 15 Uhr. Tut mir leid. Oh. Achso. Yay. Woo. Schön kneifen, Alter. Was? Toll. Weil ich den rejected hab, hab ich den Geist... Toll. Schweinerei, ey. Deine Mutter hat mich in die Welt gefresst. Alter, was ist denn mit euch? Der Loll... Wow. Lolli Lover und die Audience, ey. Die sind ja ganz, ganz... Äh, hier, ne? So sind die. Okay. Was ist was jetzt? Wow. Ein paar serious Bewegungen. Ich hab einfach keinen Fortschritt gemacht, weil... Die Audience hat gewonnen. Du bist ein sehr unreveilter Spieler. Also, lass uns das sehen. Das Spiel ist komplett banane, ey. Ja. Ja. Das hat nicht die letzte Nacht jetzt. So. 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 Hahahaha Hahahaha Jetzt so langsam finde ich es eigentlich ganz lustig muss ich sagen Nimm die Augen Apropos, was haben wir irgendwas geiles zu snacken? So... Wissens Kram mäßig Guck mal 22. Morgen So, bin wieder durch Oh man ey So, und jetzt muss ich mir wieder ein Date aussuchen So, pick you Bin gespannt Ich will wenigstens ein Herzchen haben, Mann Aber ich wette, der komische Geistermann, der klaut mir eh wieder mein Herz Hat mein Herz gestohlen Mann Okay Ehrenmann möchte Drake Bäm, rejected Weg da, Platz für mich, Mann Wow Wow Alter, das ist das die Packung für letztes Mal, oder was? Jetzt bin ich... Jetzt bin ich wirklich... Toll Du hast... Wow, Drake hat einfach dasselbe ihm angeboten wie mir Ja, das ist ja voll unverschämt Ja, die Rejection hast du aber verdient, Mann Nur auf seinem Zimmer, ey, weißt du Ich hab's halt einfach geben, so die kleine Bitch Wie die, wie die Dinger sich einfach so wegschieben, so zusammenschieben und dann... Das ist ja voll Das ist ja voll Also so... Oh Don't go yet There is more Ahahahah And, fürjony Wie wir Samppi Ahahahahahahahahaha Alter Was ist denn mit tier Alter, der Lolli Lover ist richtig... Richtig horny, glaub ich das ist traurig ich habe mich überhaupt ich hatte ein date und das hat mir der geist weggenommen das ist mega witzig es geht doch noch weiter okay vollmund hier macht wobei das ich möchte lustige sachen schreiben du kannst ja nächste runde okay okay junge was ist denn mit euch Ja. Oh, fuck, Alter. Das Text-Tool ist richtig, richtig nice. So. We're down to 20 seconds. Stupid love baby baby. Oh, yeah. Okay. So. So, wen nehmen wir. It's times like these I love being a matchmaking monster. Gewinn hat eh nicht mehr. Hauptsache das ist ein bisschen witzig. So, mal schauen. Leute, Nordi war immer der Beste zu uns. Jetzt! Schrecke ist weit. Wow. Boah, hab ich jetzt eine Abfuhr schon wieder gekriegt. The werewolf dated on a full moon. The werewolf turned you into a werewolf. It's a gift and a curse. Ich bin sehr, sehr traurig. So, ich zeig dir vielleicht, wie das geht. So, da soll ich doch mal rein. Someone's lining up, hoping to be next. Let's see what happens. Ich will auch mitmachen. Oh, der Geist klaut jetzt erstmal das Herz. Rejecting the vengeful ghost means losing a heart. He wants a little off. We already know how this will go. Wait. Wait. A later riding suitor approach is. Let's see how this works out. Alter. We know this ends badly. Oh, der, der verliert direkt sein Gesicht, ey. Ja, äh. Let's see what's what now. Well, well, well. Some stuff definitely happened there. Drake, wir hätten, wir hätten so gut zusammengepasst, aber du wolltest ja nicht. Let's see what you are. Leprechaun! Leprechaun! Everyone who dates an unrevealed Leprechaun gets two fake hearts. When the Leprechaun is revealed, that's right now, all fake hearts disappear. At this moment, Leprechauns get one bonus heart for every player that drops in the ranking. Wow, Lolli Lover is just a fake heart. Wow, Lolli Lover is just a fake heart. Ja, der ist ein true. Die audience hat 2 hearts verloren. One player, drop in the rankings. Also ich würde nicht mehr mit dem, ne, audience. Ne, audience. Der hat euch betrogen. So. Da habt ihr jetzt neuen Moderator. Ich bin mal kurz weg, ich bin mir doch zufrieden. Ja, wieso hast du dann? Harte, Doppel for dates, nice. Leute, ich date euch jetzt alle. Keine Ahnung wen, aber ich date euch. Ich guck mal. Get some messages. Okay, mal gucken. Ich guck mal. Okay, mal gucken. Das ist doof, Mann. Das Ding ist zu klein. Jetzt muss ich das alles nochmal rauslöschen, weil das Textfeld zu klein ist. Hallo. Das ist so mein bester Antwort. Wow. Dann schreibst du es auch noch zu denen, die nicht antworten können. Ja, aber so halbwegs antworten können wir. Hey, 20 seconds. Oh, sorry. Time's up. Nein. Once again, it's time to pick your date. Okay. Ich mach's einfach. Ich vertraue jetzt. Ich kann sich mal mal wieder rummachen. Hallo. Okay, let's see him. Ich hab's leider nicht mehr geschafft zu antworten, aber... Mal gucken, wann der... Ich wollte eigentlich zeigen, komm, ich zeig dir meiner Sammlung. Easy Match, Mann. Jetzt bin ich auch ein Werwulf. Ja. Mhm. Ist ja nicht so schlimm. Ich könnte Werwulf Dinge sehen. Endlich mal wird man gut geknallt. Sie ist die beste. Wenn wir die Jesi nicht wollen. Awww. Awww. Wow, ey. Die Liebe gewinnt immer. Wow. They have a lot to say to each other. Oh, ja. Hey. Hey, mau. Männlich oder weiblich. Achso. I like Big Pipi. Alter, alles Matches heute. Ja, heute Nacht hat die Luft einfach gestimmt. Ja, jetzt geknistert. Mann. Was ist denn mit meinem... Ich finde gut, wie du die Zuschauer herangelegt hast. Mach mich an. Send Pipi, please. Send... Always. Was geil, wenn du die Zuschauer verarscht hast. Danke. Send Pipi, please. Was ist denn mit euch? Wow. Ich bin immer noch auf der selben Stelle. Time to reveal any remaining hidden monster powers. Time to see your monster powers. Das ist mit deinem Button. Was ist denn mit deinem Button? Wow. Mama. Everyone the mummy dates becomes cursed. Then, so do the players they date. At the end of the game, mummies steal half a heart from every cursed player. Aber, wenn jeder kürzt wurde, dann wird die Kürze eröffnet und keine Hörer gebrochen. Da bin ich, Mann. Nein! Schade Leute lieben Puppets. Der Ventriloquist-Puppet bekommt ein Bonus-Heart, jedes Mal, dass sie jemanden, der die Nacht vorher beobachtet wurde. Toll, hätte ich quasi jetzt gewonnen, oder? Invisible Person! Die Invisible Person startet das Spiel mit zwei Bonus-Hearten. Die Invisible Person ist invisibel, so sie erscheinen, dass sie in den letzten Platz, bis zum Ende des Spiels. Lol. Ich hab... Lol, ich bin letzter Mann! Das ist voll... Oh! Ah! Jetzt kommt erstmal die Auflistung von einem... Let's see if anybody became a Werewolf. No Bonus-Hearts for that. I just like to know who's a Werewolf. How does that affect the final standing? But wait! Who got infected by that Zombie-Virus? Don't forget, if it's everybody you all lose... Lol! Das sind Zombies und der hat gewonnen! Lol! Wow! Ey, mal ernsthaft, Ehrenmann, ne? Wusstest du das von Anfang an? Hast du das von Anfang an verstanden? Weil der konnte ja von Anfang an draufsetzen, dass der jeden einmal datet und damit das Spiel am Ende gewinnt. Ja. Was zum Teufel, Mann. Das ist jetzt mein Fuck, ey. Der spielt doch ESL. Holy Shit, Mann. Alter, das war gut, ey. Das war doch schon relativ lustig, muss ich sagen. Schwer zu verstehen, schwer umzusetzen, aber trotzdem sehr, sehr lustig. Das ist so ein Dating-Poker-Spiel, würde ich sagen. Du pokerst eigentlich nur darum, dass du am meisten Tinder-Matches hast. Und der nicht zu sagen, am meisten hast, und dann kommen halt noch diese Bonus an, was echt voll geil ist. Hab halt nie mit dem Gleichen geschrieben, bin halt Profi. Also hätte ich von Anfang an verstanden, dass diese Fähigkeiten und so weiter... Ich meine, jetzt haben wir einen anderen Standard, ne? Wenn wir jetzt wissen, von Anfang an, was wir sind... Sollen wir nochmal eine Runde spielen? Ich glaube, jetzt haben wir auch alle das Spiel verstanden. Aber erstmal auf YouTube, ne? Sag ich mal Ciao. Bis zur nächsten Folge. Prost auf euch. Und Jessica sagt auch Tschüss. Tschüss. Okay. Ich glaube... Ich glaube...